Könnt'sch du mal? Hä? Dätsch ma mal? Was? Wurtsch ma mal? Wie? Ich hätt halt gern. Hä? So reden wir hier nicht, das ist doch keine Art. Bei allem Unverständnis sei doch die Form gewahrt. Wenn jemand etwas nicht hört, dann sagt er wie bitte. Wenn man etwas nicht verstört, dann heißt das wie bitte. Und das weiß doch jedes Kind, was die richtigen Worte sind. Nicht hä? Nicht was? Wie? Wie bitte. Wenn jemand etwas nicht hört, dann sagt er wie bitte. Wenn man etwas nicht verstört, dann heißt das wie bitte. Und das weiß doch jedes Kind, was die richtigen Worte sind. Nicht hä? Nicht was? Wie? Wie bitte. Räum die Kleider endlich auf wie bitte. Mach dich fertig, du musst raus auf wie bitte. Mach mal schneller, mach die Teller, bring den Hund noch raus. Ich will spielen Schokolade. Ich geb's auf. Mach das Rechteck rund. Wie bitte soll das denn gehen? Kommst du mit zur Kunstausstellung? Wie bitte soll das schön sein? Spielst du mit uns Fußball? Das hat keinen Sinn. Wie bitte kommt ihr drauf, dass ich dafür geeignet bin? Wenn jemand etwas nicht hört, dann sagt er wie bitte. Wenn man etwas nicht versteht, dann heißt es wie bitte. Und das weiß doch jedes Kind, was die richtigen Worte sind. Nicht hä? Nicht was? Wie? Wie bitte. Wenn jemand etwas nicht hört, dann sagt er wie bitte. Wenn man etwas nicht versteht, dann heißt es wie bitte. Und das weiß doch jedes Kind, was die richtigen Worte sind. Nicht hä? Nicht was? Wie? Wie bitte. Wie bitte komm ich schnell zum Supermarkt? Wie bitte ich um etwas Geld beim Start? Wie bitte sei mal nicht so eingeschnappt? Wie bitte ist's, wenn's mal nicht läuft, nicht klappt? Wie bitte bitte ich, wenn ich was brauch? Wie bitte steht man nicht mehr auf dem Schlauch? Wie bitte was sagst du? Was willst du hier? Wie bitte den Ton verbinden will ich nicht hören. Den verbitt ich mir. Wenn jemand etwas nicht hört, dann sagt er wie bitte. Wenn man etwas nicht versteht, dann heißt es wie bitte. Und das weiß doch jedes Kind, was die richtigen Worte sind. Nicht hä? Nicht was? Wie? Wie bitte. Wenn jemand etwas nicht hört, dann sagt er wie bitte. Wenn man etwas nicht versteht, dann heißt es wie bitte. Und das weiß doch jedes Kind, was die richtigen Worte sind. Nicht hä? Nicht was? Wie bitte. Ein Kind weint häufig bitterlich, ein junger Mensch, der zittert nicht. Als Sänger sing ich Lieder. Lich, sagst du, wie bitte, so aber nicht. Mit mir, wie traurig, ungehörig. Ich flieh, ich bitte fliehendlich. Ich renn, ich spott ab durch die Mitte. Wie bitte?